Hallo Leute zu diesem kleinen Infovideo. Also ich wollte euch nur mal Bescheid sagen. Ihr wisst ja, dass seit über vier Monaten keine Videos mehr auf meinem Kanal erschienen sind. Das hat einmal folgende Gründe. Das liegt daran, dass ich wegen der Schule wenig Zeit hatte, wegen Abschlussprüfung und so weiter. Der andere Grund ist wegen der sogenannten GEMA. Ihr wisst ja sicherlich alle, was das ist. Da die mir immer wieder eine Sprichdurchrechnung gemacht haben, wenn ich zum Beispiel ein neues Video hochladen wollte. Und das sehr insmutigend ist, wenn man dann so ein 5000-Click-Video hat und das am einen auf dem anderen Tag dann gesperrt wurde. Obwohl das vor fünf Monaten funktioniert hat, ohne gesperrt zu werden. Und ja, also ich wollte nur sagen, dass jetzt wahrscheinlich auch weiterhin keine Saisonrückblicke oder so kommen. Eventuell noch ein paar von Hand gefilmte Sachen, aber keine wirklichen Saisonrückblicke mehr, weil ich mich halt auf YouTube auch weiterentwickeln. Ich möchte in eine komplett andere Richtung jetzt gehen. Wer ein paar Ideen hat, der kann mir die gerne in meine Kommentare schreiben oder ja auch. Feedback hätte ich auch ganz gern von euch, aber schön sachlich bleiben. Ja, ich weiß, ich sage das nur so, weil ich weiß, was aus solchen Diskussionen manchmal wird. Von daher und ja, wer weiter Lust hat sich meine Videos dann anzugucken, den poste ich dann noch, den Blog, beziehungsweise meinen neuen Kanal, den ich erstellt habe, als sozusagen kleines Nach-Info-Video da rein. Dann einen schönen Tag, Leute, und haut rein!